Hallo alle zusammen zu einer neuen Ausgabe von Daily Crush Soccer EM Prognosen 2012. Gleich wird Griechenland gegen Tschechien spielen und ja, dann sind jetzt wieder eure Prognosen gefragt. Ich tippe auf ein 2-0 von Griechenland, sie haben ja schon einmal gewonnen und sind recht stark unterwegs, wie ich finde, schreibt in die Kommentare euren Tipp und was ihr generell, auf welches Spiel ihr euch noch freut in der Vorrunde. Morgen gibt es dann in der Deutschland gegen Niederlande den Kracher schlechthin, da freue ich mich auch schon drauf und ja, dann bis zum nächsten Mal würde ich sagen. Vielen Dank. 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 Vielen Dank.